Pitchfrog Willkommen zu einem neuen Pitchfrog Tutorial In diesem Video wollen wir aus diesem Würfel mal einen kleinen Zauberwürfel bauen Der wird dann nicht richtig funktionieren, aber den kann man dann hinstellen als Standbild und rendern Wenn ihr euch für die gesamte Anfängerreihe für Blender 3 interessiert, dann schaut mal unten in die Kommentare Da ist oben ein Link, wo ich euch die Playlist verlinkt habe Ich blende das jetzt hier auch nochmal im Video ein Oben rechts Ja, da fangen wir mal an Also, als erstes will ich diese ganzen kleinen Teile hier raus extrudieren Und da gehe ich jetzt mal in den Edit Modus Und unterteile mal den Würfel Klicke jetzt, mache einen Rechtsklick und Subdivide Und gehe jetzt mal wieder in den Last Operator und erhöhe die Cuts Und ich mache jetzt mal 3 Cuts, sodass wir hier 4 solche Flächen jeweils haben So, und jetzt drücke ich mal die Taste I Und bewege die Maus Gehe jetzt mal hier auf Da öffnet sich, da habe ich jetzt hier meinen Last Operator Und hier gehe ich mal auf Individuell Und jetzt mache ich diesen Schritt mal rückgängig Und drücke nochmal I Und jetzt können wir das Ganze hier reinziehen mit diesem Insert Tool Und dann habe ich jetzt hier diese verschiedenen kleinen Kanten Ich mache das nochmal rückgängig Ich möchte diesen Bereich mal etwas kleiner haben Also ich drücke I und drücke jetzt die Shift Taste Und ziehe das hier ganz leicht rein Und jetzt will ich das Ganze nach außen extrudieren Und wenn ich jetzt einfach E drücke, dann passiert ja was komisches Und das will ich nicht Deswegen drücke ich mal Alt E Und wähle jetzt aus Extrude Extrude Face Along Normless Und wenn ich das mache, kann ich das jetzt hier nach außen ziehen Und jetzt drücke ich nochmal die Shift Taste, um das hier feiner einstellen zu können Jetzt haben wir diese Zauberwürfel-Geometrie Ich kann jetzt hier noch einen Modifier drauflegen Die Modifier, die finden wir hier in den Properties Editor Auf diesem Schraubenschlüssel Und jetzt gibt es verschiedene Dann gibt es zum Beispiel den Array Modifier Der erstellt Kopien Wo ich jetzt hier die Anzahl der Kopien einstellen kann Und hier den Abstand, den die Kopien haben sollen Dann lösche ich mal Oder jetzt den Subdivision Surface Modifier Um das hier abzurunden Und ich möchte mal den Bevel Modifier machen Und der macht dasselbe wie Steuerung B Der rundet hier die Kanten ab Ja, hier kann ich dann noch die Segmente erhöhen Wenn wir jetzt mal hier reinfahren Kann ich jetzt hier die in eine höhere Zahl eingeben Und dann wird das hier feiner unterteilt So, jetzt möchte ich den ganzen nochmal Materialien geben Und da gehe ich jetzt mal hier auf diesen gerenderten Modus Ich bin ja jetzt in der Render Engine Eevee Und da gibt es dann hier noch Cycles Mit dem wir dann den Würfel später rendern werden Und ich bleibe jetzt mal hier bei Eevee Dieser Echtzeit-Renderer Und gehe jetzt mal hier oben auf diese Kugeln Wenn ich das erste anklick, dann habe ich diesen Wireframe Modus So dieses Drahtgitter Das 2 ist Solid Standard Hier texturiert Und hier wird das Ganze jetzt gerendert angezeigt Und jetzt gehe ich mal auf die Materialien Und das ist hier diese Kugel Hier unten der vorletzte Eintrag Und da ist jetzt schon ein Material eingestellt Weil das der Würfel ist, der am Anfang im Blender drin war Wenn hier noch kein Material sein sollte Hier kann ich das löschen Kann ich hier einfach auf das Plus drücken Und New gehen Auf New gehen Und kann hier ein Material einstellen Und jetzt gehe ich mal auf die Base Color Und mache das mal etwas dunkler Und so ein schmerzliches Material Und jetzt möchte ich diese ganzen Segmente nach einfärben Und dazu gehe ich in den Edit Modus Und wähle jetzt, ich drücke mal die 3 Für den Flächenauswahl Modus Wähle jetzt hier eine Fläche aus Und drücke Shift und dann G Und dann kommt hier ähnliche Sachen auswählen Also Select Simular Und ich wähle jetzt alle, die auf derselben Ebene liegen Das wäre jetzt hier Co-Planar Und jetzt will ich noch diesen Bereich hier innen mit auswählen Und da drücke ich die Steuerungstaste und die Plus-Taste Und dann wird dieser Bereich damit ausgewählt Und kann jetzt hier auf das Plus gehen Und auf New Und um neues Material zu erstellen Und drücke jetzt mit diesen ausgewählten Flächen Hier auf Assign Und jetzt wird dieses neue Material hier angewandt Und kann jetzt die Base Color einstellen Und hier eine Farbe einstellen Und dann haben wir jetzt diese Segmente grün eingefärbt Jetzt gehe ich mal auf diese Fläche Drücke wieder Shift und G Co-Planar Steuerung Plus Und erstelle ein neues Material New Assign Und hier am Blauton Jetzt nehme ich noch diese Fläche Shift und G Co-Planar Steuerung Plus Dann hier auf das Plus gehen Neues Material Assign Also einen gelblichen Ton auswählen So jetzt gehe ich aus dem Edit Modus mal raus Und möchte das Ganze dann mal rendern Und da gehe ich jetzt mal auf Drücke Shift und A Oder gehe hier auf Add Shift und A Und füge hier mal unter Mesh Eine Plane hinzu Eine Fläche Die mache ich jetzt groß Indem ich relativ nah an den Mittelpunkt rangehe Mit der Maus Und dann S drücke Und das Ganze skaliere Und jetzt nehme ich den Würfel Und schiebe den mal etwas nach oben Und schaue mal mit der 1 In die Standardansicht So dass da jetzt hier drauf steht Kann jetzt wieder die Wenn ich den bewege Kann ich wieder die Shift-Taste drücken Und gedrückt halten Um das hier feiner einzustellen So jetzt gehe ich mal hier zu Edit Und References Und schalte mal hier noch was um Und zwar Bei Interface Gehe ich mal auf Interface Und schalte hier Bei Temporary Editors Da schalte ich mal Render in nicht nur Windows Sondern Image Editor Da wird mir jetzt kein neues Fenster geöffnet Beim Rendern Sondern das rendert hier im Image Editor Dann schaltet der 3D Viewport auf den Image Editor um Und wenn ich jetzt hier mal ein Bild render Also hier auf Render gehe Und render Image Und sehen wir jetzt hier das gerenderte Bild Kann ich jetzt mit Alt und S speichern Kann hier einen Speicherort auswählen Und mit Escape kann ich das Ganze abbrechen Und drücke jetzt mal in die 0 Um die Kamera zu schalten Und wähle die Kamera mal aus Drücke Shift und Ö Und kann jetzt die Kamera hier bewegen Nochmal so Und füge jetzt hier mal noch eine zusätzliche Lampe ein Diese Lampe Den Gucken wir kurz durch die Kamera Da gebe ich jetzt mal ein bläuliches Licht Also leicht blau Und diese Lampe werde ich jetzt So und jetzt dupliziere ich die Lampe Die Lampe ist ausgewählt Ich drücke Shift und dann D Und kann die Lampe jetzt hier rüber bewegen Gebe da mal eine rötliche Farbe Ja und jetzt schalte ich mal um zu Cycles Gebe jetzt mal dieser Fläche hier unten Nach einem Material New Und mache das mal etwas dunkler Leichte Farbe einstellen Jetzt kann ich die Welt hier nach einstellen Das ist dieser Button Und kann ja dieses Grau mal in einen bläulichen Ton Umwandeln So jetzt schalte ich nochmal die 0 Um die durch die Kamera durchzuschauen Ich könnte jetzt hier auch auf dieser Fläche Eine Spiegelung einstellen Also dann würde ich hier auf Metallic gehen Und das mal einen Metall umwandeln Und kann jetzt hier mit diesem Roughness Wert Diese Rauschkeit runterstellen Da haben wir jetzt hier so eine kleine Spiegelung drin Und die Kamera die bewege ich nochmal mit G Etwas nach unten Und dann schaue ich mir mal hier die Render Einstellungen an Ich habe da schon mal ein Video zu Cycles X gemacht Da gehe ich jetzt in diesem Video nicht nochmal genau drauf ein Werden wir uns später dann nochmal genauer sehen In der Anfängerreihe Werde ich dann noch genauer drauf eingehen Aber wir werden jetzt erstmal nur ein Bild rendern Also Render Image Ja jetzt ist das Bild fertig gerendert Das gefällt mir noch nicht Diese Farben die sind ja noch zugleich Und das hier mit dieser Fläche Das sieht auch ein bisschen komisch aus Deswegen breche ich das mal ab Und nehme mal hier diesen Würfel Und das ist so ein Material Das mache ich mal etwas dunkler Und das Material mache ich mal etwas heller Jetzt unterscheidet sich das ein bisschen stärker Jetzt nehme ich nochmal die Fläche Und vergrößere die Also mit S skalieren Dass die den Kamerabereich ganz ausfüllt Und jetzt kann ich nochmal auf diesen Würfel gehen Shift und D drücken Und dann noch ein bisschen zur Seite ziehen Und mit R und dann Z Kann ich den ganzen rotieren Und bewege den mal ein bisschen hier nach hinten Wenn ich mal die Kamera aus Shift und Ö Und fahre mit S etwas hier raus Und bewege das hier mal ein bisschen So hier hin Und nehme jetzt nochmal den Würfel Dupliziere den Und drücke mal R X und dann 90 Und immer diese blaue Fläche mal hier zu haben Bewege den mal hier hin Und nochmal R und Z Und dann haben wir jetzt hier wieder Zwei grüne Flächen Muss ich mal kurz schauen Wenn ich die verändere Die eine Okay Das sind unterschiedliche Materialien Mache ich die mal etwas dunkler Und Gebe dann mal eine andere Färbung So Jetzt kann ich nochmal die Lampe nehmen Und Das ist ja das rötliche Licht Das dupliziere ich mal Und schiebe das mal hier hin Und immer durch die Null Die Kamera Und mache hier noch ein Licht hin Das schiebe ich mal noch ein bisschen hier hin Und das noch ein bisschen hier an die Seite Und rendere nochmal ein Bild Ich schalte mal hier den Rendert Modus aus Und was ich jetzt erstmal mache Ist das Ganze speichern Also ich gehe auf Save So habe ich jetzt hier eine Dateifahrt ausgewählt Und schreibe jetzt mal ein Zauberwürfel Tut Und speichere das Ganze Und jetzt rendere ich nochmal ein Bild Also Render Image So das Rendert hat sehr lange gedauert Deswegen habe ich das mal abgebrochen Und gehe jetzt nochmal auf die Kameraeinstellung Und stelle hier Dazu nochmal was ein Also diesen Noise Seychol Den brauche ich nicht so niedrig Schalte ich mal etwas höher Mach ich mal 0.05 Und will maximal 3 Minuten rendern Sag ich mal Also gebe ich jetzt mal hier 180 180 Sekunden ein Also hier 3 Minuten Und rendere jetzt nochmal ein Bild So jetzt hat er fertig gerendert Nicht mal eine Minute gebraucht Und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an Ein bisschen näher ran Also hier gibt es so kleine Artefakte durch den D-Nizer Das sieht relativ gut aus Und wir sehen hier an dieser Stelle Wo dieser Schatten ist Hier kommt es zu Problem Ja und da kann man sich nun entscheiden Ob man das Bild so lässt Ich werde es nochmal rendern Und dann schalte ich hier bei Der Kamera Diesen Slashhold Etwas niedriger Also 0.5 Dann machen wir mal 0.2 Und ich habe das ja trotzdem auf 3 Minuten begrenzt Und schauen wir mal Was jetzt wie das Rendering jetzt aussieht So das Rendering ist fertig Hier die Time ist ungefähr 2 Minuten 27 Sekunden Und jetzt schauen wir mal hier hin Das sieht schon etwas besser aus Was man hier auch machen kann Hier gibt es diesen Slot Und jetzt kann ich jetzt mal hier auf 2 gehen Und Slot 2 ist jetzt leer Und ich drücke jetzt mal die Escape Taste Und werde das Rendering mal limitieren Auf sagen wir mal 10 Sekunden Gehen wir auf Render Image So nach 10 Sekunden hat er jetzt Ist er mit Rendern fertig Und hier kommen nochmal 3 Sekunden Und noch was dazu Für diesen Denizer hier Der das Rauschen entfernt Und jetzt können wir mal hier hingucken Und jetzt mal diese Slots umschalten Und da sehen wir hier schon einen Unterschied Also bei Also wenn ihr zum Beispiel jetzt mal hier diese Pixel hier anschaut Das haben wir jetzt Slot 1 mit der höheren Samplezahl Und wenn ich jetzt mal hier auf Slot 2 stelle Sehen wir jetzt hier den Qualitätsunterschied Ich gehe mal ein bisschen raus Und schalte nochmal auf Slot 1 Also bei Slot 2 ist das ja wesentlich Verwichter und so eine Artefakte drin Ja jetzt können wir hier mal auf Slot 1 gehen Und Alt und S drücken Und das ganze Bild mal speichern Und was ich jetzt mal noch mache Falls wir den Würfel nochmal brauchen Gehe ich hier mal auf diesen ersten Würfel Da heißt es Cube Und nenne den mal Zauberwürfel Indem ich einfach hier reinklicke Auf Cube doppelklicken Und dann den Namen hier eingebe Den kann ich jetzt auch kopieren Steuerung und C Und kann jetzt hier mal nicht einfügen Und das ist das Zauberwürfel 001 Und dieser Cube Zauberwürfel 002 Und das ganze speichere ich nochmal Save File und Save Ja ok Dann soll es das für dieses Video erstmal gewesen sein Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Blenderlernen Und vielleicht sehen wir uns dann in den nächsten Videos Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017